Hi! Hi! Also, heute habe ich mal meine Freundin Anastasia hier. Also, wir haben uns gedacht, wir machen Kroatisch versus Mazedonisch. Sie redet Mazedonisch und ich rede Kroatisch. Und ja, wir haben uns fünf Wörter ausgesucht, von denen wir denken, dass es die anderen nicht eracht werden. Ramka. Ramka. Rampe? Was ist das? Etwas zum Essen oder Technisches? Ja, keine Ahnung, das soll ich sagen. Ist das die Pässe? Kann man das essen? Nein, kann man nicht. Hat das jeder? Nicht jeder. Ist es teuer? Es kann sein. Du hast zum Beispiel hier im Zimmer. Kerze? Nein. Lichterketten? Nein. Du hast einen Rekse-Suppe. Okay, was ist es? Ramin. Ramin. Mama! Sie-Chan. Kann man es essen? Nein. Ist es irgendwas zu fahr? Nein. Kann man es kaufen? Nein. Ist es Sport? Nein. Drei Versuche. Ist es... Hey, das war... Ja, okay. Du hast... No, Versuche. Ist es so ein Überricht? Na, soll ich sagen? Hallo! Ich darf nicht so lange raten. Ich sage es jetzt. Es ist Januar. Blöde. Ich darf nicht so lange raten. Schade. Ich darf nicht so lange raten. Was für süßes? Hässlich Mladesch Mladesch Jung? Nein Mladesch Ist das was zu essen? Also ich werde das... Ist das ein Tier? Ein Insekt? Ein Ist das Pisse? Nein Soll ich sagen? Ja Okay Bankalo Bankalo Bank? Nein Ist das ein Roman? Nein Oder? Keine Ahnung Kann man es essen? Kann man es essen? Ja, ich esse es nicht Ist es ein Tier? Jeder Ähm Mhm Sozusagen Unterhose Nein Kann man es anziehen? Nein Okay Ich habe nur ein Versuch Du hast schon vier Nein Stuhl Tisch Ähm Kugelschäber Okay Okay Was ist Ne Ist Ne Ist Unklar? Ähm Es ist einfach wie unklar Nein, bist du Was? Soll ich sagen? Nein, warte Es ist etwas Negatives, oder? Ja Einfach Ähm Warte 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 Du musst du eine Somme an sie Onklarigkeit Sie ist super in Deutsch ja Nomen Was ist Nomen? Ja Okay Das ist eine Ungewissheit Checkern Checkern Warte Warte Nein Nein Wie kann man es essen? Tut man das? Ist das ein Gegenstand? Hat das jeder? Keine Ahnung. Habe ich das? Ich glaube schon. Wie ist das Wort normal? Zählt keiner. Hammer! Ist das Hammer? Manjusha. Fahne. Nein. Scheiße. Mjusha. Warte. Ist das etwas zu essen? Nein. Kocht man damit? Nein. Ist das ein Gegenstand? Ja. Hat das jeder? Nicht jeder, aber ich und du. Hast du es hier im Zimmer? Ja, sogar sehr viele. Manche ist es nicht. Nägel. Kleidung. Nein. Sie sagen. Ohrring. Nein. Das ist ein Kompass. Schische. Schische. Ja. Hut. Nein. Schere. Nein. Konzessen. Nein. Gegenstand. Es. Wissen. Hat das jeder? Hat das jeder? Keine Ahnung. Man kann es kaufen. Nein. Du hattest schon. Ja, gesagt. Flasche. Okay. Welcher hat jetzt verloren? Ich? Hattest du? Es ist 1 zu 1, oder? Nein. Es ist schon 8 zu 0. Sie sagt, ich habe gewonnen. Gleichstand haben wollte. Aber okay. Der Verlierer. Du kannst jetzt Schlag sagen. Was? Also jetzt bekommst du die Strafe. Schlag sie auch ins Gesicht. Ich warte eigentlich, dass es Gleichstand ist. Aber sie. Nein, nein. Und jetzt kommt die Strafe. Boah. Oh. 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 Also das war jetzt... Weaa Also das... also das war jetzt das Video. Wir hoffen, es hat euch gefahren. Wenn's euch gefahren hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das wird uns mega freuen. Ihr könnt uns auch abonnieren. Das wird uns auch super freuen. Und mir hat es vor allem Spaß gemacht, ihr natürlich auch, aber mir noch mehr. Und ja. Ihr werdet wahrscheinlich noch in ein paar Videos sein. zu Hause. Oh man, schlägst du nicht in meine Nase? Auf gehts, tschüss.